Wenn wir noch drauf sind, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Ja Mensch, Held dieses Spiel, Held dieses Elfmeterschießens. Sie haben gestern noch völlig cool da gesessen bei der Pressekonferenz und haben erzählt, dass ihr letztes Elfmeterschießen der Form bei einem Jugendturnier in der Halle war. Was ist Ihnen dann durch den Kopf gegangen, als Sie dann tatsächlich da standen und der erste ist angelaufen? Ich habe mich gefreut. Ich finde sowas geil. Sowas ist doch Fußball, deswegen schauen wir den Fußball, deswegen spielen wir Fußball, deswegen leben wir Fußball und ich glaube, es war einfach geil heute. Sie haben dann ja gestern gesagt, ich gehe es einfach situativ an. Hat einfach alles geklappt? Haben Sie sich irgendwas vorgenommen oder haben Sie nur noch den Schützen fokussiert? Ich habe hier meinen kleinen Spickzettel gehabt. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe einfach nicht nachgedacht, so wie fast immer ich nie nachdenke über irgendwas. Alles klar, danke schön. Feiern Sie schön und damit gehen wir zurück ins Studio nach Baden-Baden. Ja, dankemedim.